Namaste, hier gibt es Alu Gobi Sabchi. Es gibt so viele Blumenkohl Rezepte und als Kind habe ich dieses Blumenkohl Sabchi sehr oft gegessen. Und besonders mit Paratha, dieses Alu Gobi Sabchi schmeckt super lecker. So dafür, Kadmamm, Nelken, Kreuzkümmel und Zwiebeln alles gut anbraten. Für eine Masala-Pasta einige Gewürze, Ingwer und Wasser gut zusammen vermischen und hinzufügen. Hier kommen Blumenkohl und Kartoffeln rein. Alles auf mittler Hitze gut anbraten. Am Ende mit Fisch und Koriander garnieren und hier habe ich Paratha damit. Das komplette Rezept ist auf meinem YouTube-Kanal Desi Kyoshi. Versuch mal!